Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Peter Müller, Sie präsentieren schon seit einigen Jahren den FHS WTT Young Leader Award in Marktforschung und Managementkonzeption. Was macht denn die Preise so wichtig? Das Modell der FHS St. Gall ist einzigartig in der Schweiz. 20% des Studiums arbeiten unsere Studierenden für die Wirtschaft. Und aus diesen Arbeiten, die sie hier machen, zeigen wir die Besten am WTT Young Leader Award aus. Young Leader, Führungsqualitäten, was ist das eigentlich? Wo kriegt man das her? Wie definiert man dieses Führungsgen? Und wo kann man herausfinden, wie man dieses Führungsgen hat oder erhält oder fördern kann? Sie können entweder Managementliteratur, neueren Datums lesen oder Sie können Shakespeare lesen. Ich rate Ihnen zur Letzteren. Der heutige WTT Young Leader Award steht unter dem Leitthema Leadership und dem Motto Feiern mit heutigen und künftigen Führungskräften. Sie, geschätzte Studierende, haben in den letzten Monaten hart gearbeitet. Und Sie haben heute einen weiteren Meilenstein, ja sogar die Krönung Ihres Studiums erreicht. Und es verdient, kräftig zu feiern. Meine Damen und Herren, WTT Young Leader Award in Marktforschung 2013 ist Team Crissane. Das hat Andrea einen Traumenfilz. WTT Young Leader Award. Absolut. WTT Young Leader Award 2013 in Managementkonzeption ist Team Regina. Wir freuen uns wieder, Sie zu sehen nächstes Jahr wieder am 23. September. Aber Dienstag, wenn es heisst WTT Young Leader Awards 2014. Meine Damen und Herren, vielen Dank. Haben Sie einen schönen Abend. Feiern Sie!